hallo und herzlich willkommen mein name ist dj asoso und heute wollen wir darüber sprechen was auf einer hochzeit denn sinnvoller ist ist es der dj oder doch die liveband was bringt mehr wo sind die vor und wo sind die nachteile was sagen eigentlich andere dazu jedes jahr feiern in deutschland millionen menschen ihre hochzeit oder ihr geburtstag und klar da ist die unterhaltung natürlich sehr wichtig das interessante ist eine umfrage ergeben dass über 70 prozent um genau zu sein 78 prozent der paare die unterhaltung am wichtigsten empfinden und in der tat die unterhaltung ist verdammt wichtig mit ihrer band oder im dj steht und fällt jede veranstaltung über 60 prozent der brautpaare die sich für eine liveband entschieden haben würden sich im nachhinein er für einen dj entscheiden das ist natürlich sehr sehr interessant und da stellt sich natürlich die frage warum ist das so dazu stellen wir jetzt mal einfach die band und den dj gegenüber während die band feste playlisten hat und die musikauswahl eher begrenzt ist hat der dj eine große musikauswahl und spielt mit höchster wahrscheinlichkeit eure lieblingsmusik das heißt der dj ist auch wesentlich flexibler wenn ihr am abend zum beispiel zum dj geht und sagt ich würde jetzt gerne helene fischer mit atemlos hören dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein dass der dj das lied hat und abspielen wird die band hingegen kann nur ihre einstudierten songs spielen der nächste interessante und sehr sehr wichtige punkt sind die kosten die band besteht natürlich aus mehreren mitgliedern die dann auch zu vergüten sind deshalb bewegt sich die gage zwischen 1500 und 3500 euro für eine band der dj hingegen kommt meist allein oder zu zweit und kann somit einen besseren preis bieten die gage für einen dj liegt zwischen 450 und 1500 euro ein weiterer sehr sehr wichtiger punkt sind pausen ja die band benötigt zwischen ihren sets immer mal wieder kleine pausen die können gern mal bis zu einer halben stunde gehen und wenn in dieser zeit kein anderes programm ist ist die party schnell vorüber der dj hingegen macht natürlich auch kleine pausen ja aber die musik setzt nie aus denn der dj hat für seine pausen immer ein kleiner set über dass er zwischendurch rein spielt und das dann abläuft zumal ein dj seine pausen eher so legt dass es vor dem hauptprogramm passiert sprich während die party in vollem gange ist und die tanzfläche voll ist werdet ihr niemals ein dj sehen der sein dj pult verlässt dazu benötigt die band natürlich auch ein bisschen mehr platz während hingegen der dj relativ wenig platz in anspruch nimmt was sagt uns das ganze nun wenn wir also nicht ganz so ein hohes budget haben und uns die musikauswahl sehr wichtig ist dann sollten sie sich lieber für einen dj entscheiden wichtig ist jetzt auch zu wissen live musik erzeugt eine ganz andere atmosphäre als ein dj nun sind sie an der reihe für wen entscheiden sie sich für die band oder für den dj schreiben sie es doch unten in die kommentare ich bin sehr gespannt auf ihre entscheidung und wünsche ihnen viel erfolg bei ihrer veranstaltung